Mein Name ist Melanie Leupholz, ich bin 21 Jahre alt und spiele seit eineinhalb Jahren beim FC Bayern. 3, 2, 1, los geht's! Genau, beim Heimatverein, beim TSH Ratzenried, direkt um die Ecke vom Haus, bin ich immer hingelaufen, habe den ganzen Tag auf dem Fußballplatz verbracht und dann spätabends wieder heimgekommen. Wir haben dann auch, ich glaube, acht Jahre zusammengespielt, immer mit den gleichen Jungs und das war richtig cool. Und ich würde es auch jedem Mädchen empfehlen, so lange wie es geht bei den Jungs zu spielen, weil man einfach die körperliche Komponente da viel besser beigebracht kriegt, als wenn man mit Mädchen spielt. Ich war auch früher großer FC Bayern-Fan, konnte auch schon FC Bayern-Stern des Südens auswendig mit fünf oder sechs. Ja, dann habe ich aber für den FC Freiburg gespielt, war auch die richtige Entscheidung für mich, ich konnte mich weiterentwickeln und dann war ich eben auch bereit, zu so einem professionellen Verein zu wechseln, der auch oben mitspielt, der auch Erfolge feiern kann. Wir waren ja bei der WM-Vorbereitung in Zürich, sind dann extra mit dem Helikopter abgeholt worden und zum Balkon geflogen worden und das war unglaublich. Also die Profis waren total nett und auch die Fans, die haben uns bejubelt und das hat einfach riesen Spaß gemacht. Das hat nochmal die Anerkennung gezeigt für das, was wir in dem Jahr geleistet haben. Ja, mein Onkel, der ist auch früher Rennen gefahren oder mein Papa ist auch ziemlich viel Motocross gefahren, hat auch an Wettbewerben teilgenommen. Also Motorsport hat schon eine große Bedeutung bei uns in der Familie und ich habe auch schon früh angefangen. Ich weiß nicht mal wie alt ich war, aber ich war so klein, hatte schon so eine kleine Motocross, bin da über die Wiese gefetzt mit meinen Cousins und meinem Papa zusammen und habe jetzt auch den Motorradführerschein gemacht, habe mir ein Motorrad gekauft und mache jetzt die Straßen von München unsicher. Wir waren jetzt zusammen in Freiburg, spielen in der Nationalmannschaft zusammen, waren auf der gleichen Schule, sind jetzt wieder beim gleichen Verein und verbindet schon sehr viel. Wir haben viel zusammen erlebt und da hat man auch so ein paar Insider, wo man auch viel drüber lachen kann oder den anderen Mal auf den Arm nehmen kann und der weiß genau, wie er es auch einschätzen muss. Richtig cool, wenn wir da beim Essen sind und die Jungs zuschauen können beim Training, wenn die da auf engstem Raum den Ball laufen lassen. Das ist echt richtig cool. Da vergisst man manchmal, was vor allem auf dem Teller steht. Ja und klar, Alonso schaut man sich schon genauer an, weil ich finde einfach, dass er eine überragende Übersicht hat und da versucht man sich auch immer so abzuschauen, wo er die hernimmt, also wie oft er seinen Kopf dreht, wie er sich orientiert und darauf achte ich zurzeit besonders. Ich würde mich anfangs als eher zurückhaltend beschreiben und schüchtern. Ich höre mir gerne alles erstmal an, schaue mir alles an, mache mir einen Eindruck und dann blühe ich immer mehr auf und bin auch immer für Späßige gut zu haben und lache sehr viel, aber weiß glaube ich auch ganz gut, wann man fokussiert sein muss und wann es darauf ankommt, konzentriert zu sein. Đарт J Ja 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 Da Ja da inic Bis zum nächsten Mal.